Hallo und herzlich willkommen zurück zu den 3 Fragezeichen und das Geheimnis des Flaschenteufels. Hier ist Sabine die Cat und wir sind auf Klappstuhlsuche und auf Piratenflaggesuche. Und ich fühle mich richtig in meinem Element. Okay, gehen wir hier weiter. Da haben wir noch ein paar Flaggen vor uns. Na ja, ein paar haben wir ja schon gefunden. Gut, da ist jetzt keine mehr. Da haben wir auch alles gefunden. Uns fehlen noch zwei Flaggen, das heißt wir schauen mal zu Leslie. So, 18 haben wir. Ich kann hier nicht weg. Schließlich muss ich für meine Kundschaft da sein. Alles klar. Die Schiffsglocke ist eine Leihgabe. Wenn sie meinem Chef so gut gefällt wie mir, schwatzen wir sie den Literaten ab. Okay. Dann gehen wir wieder zurück und geben ihm die Flaggen. Besser gesagt, wir müssen die in die Kiste legen. Spaß mit Flaggen. Welche sind doppelt? So, wir spielen jetzt Memory und gleichzeitig kriegen wir dann die Geschichte von den Flaggen erzählt. Das blutrote Skelett passt zur niedrigen Gesinnung Edward Lowe's. Er gilt als grausamster Pirat seiner Zeit. Bevor er seine Opfer umbrachte, nahm er ihnen Lippen, Nase und Ohren. Jack Rickham. Lange segelte Steve, nein, Steed Bonnet als Gast, sprich Gefangener unter der Flagge Blackbeards. Wie man an seiner Eigenkreation sieht, hatte der Gentleman Pirat Herz. Wieder in Freiheit eilte er weiteren Opfern Blackbeards zur Hilfe. Eine Sanduhr darzustellen war beliebt, auch bei Christopher Moody. Eine nette Art zu sagen, deine Zeit ist abgelaufen. Oder wie sein unheilvoller Wahlspruch lautete, Gefangene werden nicht gemacht. Jack Rickham ließ dann Knochen lieber Säbel kreuzen. Man nannte ihn auch Clicko Jack nach seiner farbenfrohen Baumwollkleidung. Ihm zur Seite standen zwei unerschrockene Frauen, Anne Bonny und Mary Reed. Lange kein Memory gespielt. Okay, nochmal von vorne. Wir haben hier das Kopftuch. Hier. Ein Totenkopf mit modischem Schick. Der gehörte zu Henry Avery, Spitzname der Erzpirat. Er soll Sklavenhändler gewesen sein, Meuterer, Flottenführer. Er scheute keinen Angriff. Als sich das Blatt wendete, musste er seinen Namen ändern. Viele seiner Männer landeten am Galgen, doch seine Spur verlor sich in Irland. Der starke Arm steht für Thomas Tew und seine Crew, die erst im Auftrag des Gouverneurs der Bermudas und später auf eigene Rechnung Beute machte. Dann im Indischen Ozean. Diese populäre, recht weibliche Erscheinung wird John Quelch zugeschrieben und als Old Roger bezeichnet. Zuvor war seine Standardflagge die vom Heiligen Georg, ein rotes Kreuz auf weißem Hintergrund. Edward Englands Flagge gilt als die der Piraten schlechthin. Auch bekannt als Jolly Roger. Sie wurde erst gehisst, wenn man sich zu erkennen gab. Trotz großer Bedeutung ist die Herkunft des Namens nicht eindeutig. Ja, viele sagen, es kommt vor Schule Rouge, die rote Flagge, weil die ja von den Piraten auch gehisst worden ist. Am Anfang war die rot und dann wurde sie schwarz. Ja, dreifach hält besser, scheint sich Christopher Condon gedacht zu haben. Seine Beutezüge sollen sagenhaft gewesen sein. Und doch stieg er samt Mannschaft aus, als ihnen der Gouverneur der heutigen Insel Réunion Amnestie anbot. Also Straffreiheit unter Wahrung von Auflagen. So, und damit haben wir wieder was gelernt über Piraten. Meine Herren, ich bin beeindruckt. Die Flaggen geben dem Raum die Atmosphäre, die ich für meine Lesung wünsche. Oder wie Long John Silver sagen würde, ihr habt euch scheinbar eine Menge zu sagen. Also meine Lieblingsflagge ist ja die vom Jack Reckham. Die gefällt mir echt am besten. So können wir jetzt mit dir reden. Als kleiner Junge wollte ich auch Detektiv werden. Heute habe ich ein wachsames Auge auf alles, was unsere Stiftung, den schwarzen Fleck, zum Gedenken an Robert Louis Stevenson und seine Werke intern und in der Öffentlichkeit ausmacht. Mr. Morehead, Sir, ich möchte Sie inständig bitten, sich dieses Foto auf Mr. Andrews Handy anzusehen. Da Sie John Silver erwähnten, dieser Mann scheint etwas verwirrt zu sein und sich für das Original zu halten. Zudem steht er im Verdacht, unser Maskottchen entwendet zu haben. Einen Mühner namens Blackbeard. Wir hatten seinerzeit ein Schwein als Maskottchen an der Uni. Ich würde lügen, wenn ich sagte, diesem Silver nie begegnet zu sein. Der Mann wollte unbedingt Mitglied unseres Zirkels werden, aber ich sah gleich, dass er einen Dachschaden hat und schickte ihn jedes Mal weg. Und wo könnte er stecken? Mr. Andrews, da bin ich überfragt. Es wäre auf jeden Fall besser für ihn, sich hier nicht blicken zu lassen. Okay, wieder was gelernt. Der Laden füllt sich. Sobald alles vorbereitet ist und Miss Dimple die Glocke läutet, können wir beginnen. Okay, wir müssen noch die Klappstühle suchen. Aber der Raum ist jetzt wunderschön dekoriert. So, dann gehen wir mal hier raus. Auf die Straße. Ach, etwas frische Luft tut gut. Was meinst du? Sind wir in Sachen John Silver weitergekommen? Ich glaube nicht, dass er sich blicken lässt. Leslie hat ihn nie im Lagen gesehen und würde uns gleich Bescheid sagen, falls er wieder Erwarten eintrifft. Hast du bemerkt, wie nervös Mr. Ames der Schatzmeister wurde? Ich wette, er kennt unseren Silver doch. Mr. Moorhead, sein Vorgesetzter, hat angedeutet, dass Silver mehrmals vorgesprochen hat, um dem Zirkel beizutreten. Vergeben. Ich werde das Gefühl nicht los, dass Ames und Moorhead gegenteilige Ansichten vertreten, was Blackie sein Führer betrifft. Dann sollten wir sie aus der Reserve locken und zusammenbringen. Vielleicht verwickeln sie sich in Widersprüche und geben mehr Infos über Silverpreis. Ein Versuch ist es wert. So, auch hier haben wir Klappstühle. Drei Stück an der Zahl. Damit haben wir jetzt 16 und mit den 16 gehen wir jetzt zu der Leslie. Danke. Das heißt, wieder raus. Und zum Lager. Mach mal Licht, Bob. So, heute gibt es kein Skelett hier. Stattdessen ein paar Bücher. Der seltsame Knall des Dr. Tackle und Mr. Byte. Das Dackeldrama eines schottischen Terriers nach Motiven des fast gleichnamigen Romans von Robert Louis Stevenson. Dann haben wir hier einen Klappstuhl. Mach mal nochmal Licht. Hier sind zwei Klappstühle. Drehen uns ein bisschen nach rechts, da können wir rüberflutschen. Und da oben, ganz oben am Horfen, haben wir jetzt insgesamt 20 Klappstühle. Gehen wir nochmal zu Leslie. Zeigen ihr unsere Ausbeute. Wir haben uns die Augen ausgeguckt, aber mehr Klappstühle finden wir einfach nicht. Ich frag mal bei Antonio nach. Schließlich hab ich ihn auf Kurzfall. Ciao, Antonio. Leslie von Booksmith. Du hast mir neulich angeboten, mir notfalls mit Klappstühlen auszuhelfen. Besser als gar nichts. Grazie. Antonia hat gerade keine Zeit, aber seine Bambini gebeten, für uns ein paar Klappstühle rauszustellen. Ich hoffe, die kleinen Racker machen das ordentlich. So, dann schauen wir mal, was die kleinen Bambini hier alles aufführen. Da haben wir schon mal ein. Die Kinder lachen sich schon tot da hinten. So, und da steht auch noch einer. So, damit haben wir alle Klappstühle bei Sam. Und ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich wieder eine kurze Pause. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Mehr gibt's beim nächsten Mal. Tschüss.